Die USA in der Ära Trump. Reporter Alec McGillis fragt, warum die Ungleichheit zwischen Städten immer grösser wird. Wer früher ein gutes Mittelschichteinkommen hatte, macht jetzt 10, 12 Dollar die Stunde. Einst blühende Städte wie Dayton. Reichtum gibt es an der Wall Street und im Silicon Valley. Die Wirtschaft selbst ist aber nicht gewachsen und bricht zusammen, weil niemand mehr was kaufen kann. Und andere Orte kämpfen ums Überleben.